Herzlich willkommen im TV-Studio. Das Thema heute, die Arthrose im oberen und unteren Sprunggelenk. Bei uns im Studio, Naomi, danke machst du mit, danke bist du hier. Vielen Dank für die Einladung, es ist mir eine Freude. Sprunggelenksarthrosen sind oft im Zusammenhang mit Unfällen. Ein Sturz vom Kirschbaum, von der Leiter, von einem Gerüst, führt zur Verletzung des Fersenknochens und des Sprunggelenken. Und so kommt es dann eben zu Verschleiss und Arthrose. Eine andere Ursache sind chronische Fehlbelastungen, die ebenfalls dazu führen können. Jetzt wollen wir uns das genauer anschauen, wie das bei Naomi war. Naomi, du hattest einen schweren Unfall mit Wirbelkörperfraktur und eben mit Fersenverletzung. Das war die linke Ferse. Und das braucht ja dann einige Zeit, bis man wieder auf den Damm ist. Und du hast vorher viel Sport gemacht, dann hatte ich das schon mitgenommen und nachher bist du wieder zurückgekommen. Erzähl mal, wie war das? Ja, tatsächlich habe ich vorher nicht so viel Sport gemacht, aber nachher hat es dann so richtig angefangen. Ja, es dauerte einige Zeit, bis das alles wieder zusammengeflickt wurde und ich geheilt war. Es hat zum Teil sogar mehrere Operationen gebraucht. Das dauerte, es ging so über ein paar Jahre, vielleicht zwei, drei Jahre, weil man immer noch abwarten musste, wie das Ganze heilt zwischendrin. Genau, und als das dann alles vollbracht war, habe ich eigentlich wirklich intensiv angefangen, Sport zu machen. Was hast du dann für Sport gemacht? Crossfit. Das ist ja ziemlich intensiv und heftig. Ja. Da hat man nicht immer jede Bewegung voll im Griff. Nein, aber ich habe mich sogar auch ausbilden lassen und habe mich sehr damit beschäftigt. Und ja, doch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es war schon sehr fordernd für den Körper. Und dann hast du ja auch sonst noch ein bewegtes Leben, sagen wir mal so, mit Haus, Familie. Ja, genau. Vier Kinder, Hund, großes Haus, Gemüsegarten, alles am Boden. Doch, ich bin sehr fleißig. Und zu uns in die Praxis gekommen bist du mit Fersenschmerzen rechts. Die Verletzung war auf der linken Seite, jetzt rechts. Erklär mal, wie war dieser Seitenwechsel? Wie ist das dazu gekommen? Das ist durch eine Kompensation eigentlich gekommen. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass mein linker Fuß das alles gar nicht schaffen kann eigentlich und habe den rechten, bis anhin den gesunden Fuß eigentlich viel zu sehr beansprucht. Also ich bin auf Boxen hochgesprungen oder gerannt, 17 Kilometer und eigentlich vor allem mit dem rechten Fuß. Und der war dann überbelastet und hat einen Fersensporn entwickelt. Und irgendwann hat dann der rechte Fuß gesagt, sorry, jetzt kann ich nicht mehr. Und wir haben dann eben so eine Sehnenplattenentzündung festgestellt, die dann, wenn sie chronisch ist, den Fersensporn macht. Und ich möchte diese zwei Sachen, diese Sehnenplatte mit Entzündung und diese Sprunggelenke, die möchte ich, dass wir die nochmal anatomisch genauer anschauen. Gerne. Wir sehen hier den linken Fuß von der Seite und jetzt von unten. Und das hier blau ist diese Sehnenplatte. Und hier, wenn sie chronisch entzündet ist, entsteht dann der Fersensporn. Jetzt drehen wir das Ganze, schauen uns das von hinten an. Und hier sehen wir hier oben, das ist das obere Sprunggelenk und hier das untere Sprunggelenk. Und bei Naomi betroffen waren beide blau, jetzt das Sprungbein, jetzt zack, weggezaubert. Jetzt können wir in die Gelenke hineinschauen. Und da sieht man ein außerordentlich komplexes Gelenk mit mehreren Flächen. Das erlaubt eben die Anpassung an unebenen Boden. Hier sehen wir es nochmal von der Seite. Jetzt machen wir einen Sprung. Du warst dann in der Therapie. Ja. Und erzähl mal, wie ist die Therapie abgelaufen? In der Therapie haben wir eigentlich auch geschaut, wie das Ganze zusammen funktioniert. Eben, warum wurde jetzt der gesunde Fuß plötzlich auch noch krank? Wir haben geschaut, wie ist eigentlich ein normaler Bewegungsablauf und wie bewege ich mich mit diesen Einschränkungen auch. Und dann habe ich da gelernt, zum Beispiel, dass ich nicht immer von dem Krankenfuß verlangen soll, dass er es so wieder gesunde macht und praktisch das Unmögliche von ihm fordern, sondern den Gesunden, den Kranken ein wenig annähern. Das ist so wie eine Seilschaft, wenn man zusammen über den Gletscher geht. Genau. Dann nimmt er stärkere Rücksicht auf den Schwächern oder weil es umgekehrt nicht geht. Genau, sehr gut. Ja, schönes Bild. Ja, sehr. Und da hast du Partnerschaft mit deinen Füßen geschlossen. Ja, und Frieden und Dankbarkeit entwickelt und nicht nur immer, warum geht das nicht, warum machst du nicht, warum kannst du nicht, sondern danke, dass du so bist, wie du bist. Weißt du, und da sagst du was ganz Wichtiges, weil jedes Mal, alle Gefühle lösen ja einen chemischen Cocktail im Gehirn aus, oder? Und das kann, wenn ich vor Ungeduld und Wut platze, oder? Dann ist das eigentlich ein Giftcocktail. Und wenn ich irgendwie mich anfreunde, oder? Und ich kann ja trotzdem viel machen, einfach nicht mehr auf die gleiche Art, oder? Dann löst das ganz andere Botenstoffe im Hirn aus, oder? Und dann kommt man einfach viel besser durchs Leben und es ist für die ganze Umwelt auch viel angenehmer. Ja. Ja, toll, dass du das gesagt hast. Jetzt habt ihr ja die Sprunggelenksarthrose selber, oder? Da kann man nicht zaubern und den Knorpel wiederherstellen. Aber man kann alle Kontextfaktoren, von der kleinen Zehe bis rauf zur Hüfte, habt ihr damit auch gearbeitet? Ja, wir haben, also meine ganz tolle Therapeutin Daniela hat viele Sachen gelöst auch. Weil zum Teil war, habe ich unbewusst, natürlich hat mein Körper einfach Sachen gehalten, verkrampft auch. Und das hat sie zum Teil gelöst. Das hat auch sehr geholfen, ja. Und dann geht es aber weiter, oder? Diese gewonnene Beweglichkeit ist dann wichtig, dass man die wahrnimmt, bewusst und dann auch im Alltag anwendet. Ja, und wie abspeichert, dass das eigentlich wieder normal wird. Genau. Genau, ja. Und das ist dann der Lernprozess. Ja, genau. Und dass man das auch anschaut in so normalen Alltagsbewegungen wie, wie liege ich, wie drehe ich mich im Liegen, wie stehe ich auf, wie laufe ich, dass das, ja. Wieder geschmeidig. Genau. Anatomisch optimal. Und angeglichen, harmonisch. Ja, super. Jetzt machen wir einen Sprung. Naomi, wie geht es dir heute? Mir geht es heute sehr gut. Das heißt konkret? Noch besser. Noch besser. Ja, also ich bin sehr glücklich mit dem Verlauf der Therapie. Ich bin immer noch dran. Also das wird auch noch ein Thema bleiben, eine Weile lang. Aber ich habe sehr viel gelernt im Umgang mit dem verletzten Fuß und dem gesunden Fuß. Dass das eben, wie gesagt, harmonischer wird. Ich habe das Crossfit an den Nagel gehängt. Also wirklich, ich praktiziere es nicht mehr. Ich mache aber Kraftsport und Ausdauersport immer noch. Aber einfach nicht mehr mit diesem extrem zeitlichen Druck auch. Leistungsdruck, ja. Und wie geht es mit Hundespaziergang? Sehr gut. Schmerzen? Alles möglich, nein. Keine mehr? Nicht mehr, nein. Jetzt zum Schluss, Naomi. Wenn du deine Erfahrung, du bist ja, das war ja eine sehr reichhaltige und tiefschichtige und vielschichtige Erfahrung und du hast das wirklich angepackt und hast Erfolg. Ja. Was würdest du anderen Menschen, die auch mit Sprunggelenksproblemen und Arthrosen unterwegs sind, was ist so die Essenz? Was würdest du empfehlen? Ja, also ich würde Spiraldynamik auf jeden Fall empfehlen. Sei es als erste Therapie oder wenn alle anderen Therapien nichts geholfen haben. Es ist einfach, es zeigt ja auch in Harmonie mit dem Körper und mit einer Verletzung zu leben und den Alltag ganz, ganz toll zu meistern. Ja, also Spiraldynamik, finde ich, ist eine ganz tolle Lösung für wahrscheinlich viele Probleme. Danke. Ja, war sehr spannend. Ich wünsche dir weiterhin, ja, alles Gute, viel Erfolg beim Sport, Familie, vier Kinder, Gemüsegarten, alles zusammen. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Wir haben gesehen, Sprunggelenksarthrose stehen häufig im Zusammenhang mit Unfall und chronischer Fehlbelastung und im Letzteren liegt auch das therapeutische Potenzial. Die Arthrose selber können wir nicht direkt beeinflussen oder noch nicht, kommt vielleicht mit Knorpelregeneration. Aber was wir können, wir können die Kontextfaktoren von der Grosszehe bis zum Hüftkopf weiter auf beim Gehen, beim Stehen im Alltag, in der Freizeit und im Beruf können wir optimieren. Genau darum geht es. Danke fürs Interesse und bis dann.